Musik Sommerferien in der Hauptstadt, das heißt Abkühlung, Spaß und Schwimmintensivkurse. In einer einzigartigen Zusammenarbeit bieten der Berliner Schwimmverband, der Landessportbund Berlin, die Sportjugend Berlin und mehrere Vereine spezielle Intensivkurse an. Diese werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gefördert sowie von den Berliner Bäderbetrieben unterstützt. Die Anteilnahme ist riesengroß, weil es sind ja kostenlose Kurse. Gerade für Familien, die bedürftig sind, ist es natürlich eine große Chance, gerade den Kindern noch ein Abzeichen zu geben oder auch das Schwimmen zu erlernen. Diese Kurse sind darauf ausgelegt, Kindern und Jugendlichen innerhalb von fünf Tagen in täglichen 45-minütigen Einheiten die Grundlagen des sicheren Schwimms an sechs Berliner Standorten zu vermitteln. Deswegen haben die Kinder hier vor allem auch mega viel Spaß. Sie sind sehr locker, also es geht nicht darum, jetzt wirklich auf Krampf ein Abzeichen zu erreichen, sondern wenn die Kinder es schaffen, dann bekommen sie es und das läuft immer sehr entspannt bei uns ab. So wird unter anderem im Stadtbad Tiergarten Kleingruppen von bis zu zehn Kindern eine individuelle Betreuung durch erfahrene Trainerinnen und Trainer gewährleistet. Für mich ist es eine ganz tolle Erfahrung, weil die Kinder total motiviert sind und total glücklich sind, dass sie hier was lernen. Teilweise kommen die an und können quasi nichts und machen hier Seepferdchen, Bronze und Silberabzeichen. Schließlich ist Schwimmen eine grundlegende Fähigkeit, die essentielle Sicherheit im Wasser bietet. Jährlich ereignen sich tragische Unfälle durch Ertrinken, oft aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse. Besonders für Kinder ist es entscheidend, frühzeitig schwimmen zu lernen, um sich sicher in Schwimmbädern, Seen und am Meer bewegen zu können. Doch Schwimmen bietet weit mehr. Das ein oder andere Kind wird dem Sport nahegebracht, weil Schwimmen macht Spaß, kräftig die Muskulatur, schont die Gelenke und natürlich auch die Knochen. Und somit haben wir auch ein, zwei oder auch mehr Talente da, die dem Schwimmsport weiter nachgehen. Für 3000 Kinder und Jugendliche steht nun fest, Schwimmen macht stark und die Intensivkurse können noch mehr Kindern diese Stärke vermitteln. Handeln Sie jetzt als Eltern und melden Sie Ihre Kinder für die nächsten Kurse an, um ihnen nicht nur eine spannende Ferienzeit, sondern auch eine wichtige Lebenskompetenz zu ermöglichen.